Im Kulturverein Probstey treffen sich Schaffende und Interessierte, wie der Name sagt, aus der Probstey. Von Atelierausstellungen, Lesungen über musikalische Highlights und die Förderung junger Menschen sind wir immer mit neuen, interessanten Projekten in der Region dabei, das Jahr kulturell zu bereichern. Wir sind jederzeit erfreut über Zuwachs mit Ideen, aktiv oder passiv und der Intention. Kultur ist wichtig.